Hi und herzlich willkommen zu meinem Video. Oder besser gesagt zu meinem Kanal Vorstellungsvideo. Mein Name ist Elena. Ich bin Stand heute hier und jetzt 27 Jahre alt und ich bin ein Asperg-Autist. Ich habe mir vorgenommen auf diesem Kanal, den ich jetzt schon seit fünf Jahren habe, Stand heute. Nämlich heute 2020. Also für mich ist jetzt 2020. Wann auch immer ihr dieses Video seht, ist es wahrscheinlich nicht mehr 2020. Ne, eigentlich am Anfang ist es 2020. Na gut, ihr seht schon, das erwartet euch in vielen Videos, weil ich oft keine Ahnung habe, was ich eigentlich gerade erzähle und wie ich es euch erzählen will. Aber ich versuche immer euch auf meine Art meine Welt näher zu bringen. Es gibt Videos, in denen erzähle ich euch, was mich beschäftigt. Es gibt Videos, in denen erzähle ich euch ein bisschen was zum Autismus. Es gibt Videos, in denen erzähle ich euch einfach gar nichts, weil ich nicht reden kann. Das ist so eine Nebenwirkung bei mir. Es gibt Videos, in denen werdet ihr mein kleines Karnickelchen sehen, meinen kleinen Leo. Es gibt Videos, wo ihr wahrscheinlich die Beine von meiner Mutter zu sehen bekommt, weil die einfach hier durch den Gang durchläuft. Ja, aber egal wie, es gibt viele Videos und ich drehe immer zweimal pro Woche. Also ich veröffentliche zweimal pro Woche. Inzwischen produziere ich ein bisschen vor. Das muss ich jetzt an dieser Stelle ganz kurz noch erwähnen, weil sonst ist es nicht ganz wahr. Und das ist was, was ich nicht auf meinem Kanal haben möchte, weil ich erzähle euch immer, was bei mir die Wahrheit ist. Ja, und auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall so, dass ich zweimal die Woche, nämlich mittwochs und freitags, jeweils ein Video hochlade. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, an meinem Leben und meinen Geschichten teilzuhaben. Ja, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und bis dann. Tschüss. So, jetzt muss ich nur den Fuß den Ausknopf verwischen. So, und ciao. Klappt man's?